Hallo ihr Lieben, ich bin Kathi Hennig, ich bin Musikleiterin in Hamburg und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem allerersten Video hier bei YouTube. Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir Lehrer ja alle ein kleines bisschen improvisieren und ich habe jetzt endlich alles zusammen, um auch so ein bisschen meinen persönlichen Traum zu verwirklichen, nämlich die Musik zu euch nach Hause zu bringen. Und das funktioniert so, also wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr schon so ein bisschen wie der Musikunterricht bei uns abläuft und da machen wir ganz viel mit Lass dich nicht ablenken. Wenn du mich noch nicht kennst, dann bist du herzlich willkommen hier auch einfach mal mit mir zusammen was auszuprobieren, wie das funktioniert und lass dich einfach mal überraschen und schau mal was passiert. Und im Allgemeinen versuche ich das so zu machen. Erstens soll es ein Übungsvideo geben mit mir zusammen, zweitens soll es ein Übungsvideo geben ohne mich, so dass du alleine einmal zu der Musik üben kannst. Das dritte Video ist dann immer ein Mixvideo nach dem Motto Lass dich nicht ablenken und guck mal was passiert. Und ja, für alle, die jetzt noch gar keine Vorstellung davon haben, was ich damit meinen könnte, werde ich jetzt mal versuchen hier gleich was einzublenden, damit du mal reinhören kannst, wie ich das meine. Also hier ist ein Beispiel. Ja, prima. Dann fangen wir jetzt erstmal an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich wünsche dir ganz viel Spaß.